Gleich weiter nach Washington zu ARD-Korrespondentin Kerstin Klein. Das Team Trump fürs Weiße Haus nimmt auch im Augenblick weitere Konturen an. Welche Namen sind da besonders interessant? Ja, also Außenminister soll offenbar doch nicht Richard Cornell werden, sondern offenbar Marco Rubio, ein republikanischer Abgeordneter aus Florida, ehemals auch Kritiker und Gegenkandidat von Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaft. Aber mittlerweile glühender Anhänger und großer Loyalist, der soll offenbar Außenminister werden. Er ist Sohn von kubanischen Einwanderern, vielleicht auch eine Art Dankeschön an die vielen Latinos, die Donald Trump mit zu diesem Wahlsieg verholfen haben. Und dann eine zweite sehr wichtige Personalie ist die Kandidatin für das Heimatschutzministerium. Das soll Christine Noem werden, die Gouverneurin aus South Dakota. Und das Heimatschutzministerium, das ist unter anderem zuständig für die Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde. Das heißt, sie wird die zentrale Frau sein, dabei Donald Trumps zentrales Versprechen durchzusetzen, in großem Maße Millionen von illegalen Einwanderern hier abzuschieben. Lassen sich aus den Personalien denn schon Schlüsse ziehen, was zu erwarten ist? Also wenn wir jetzt gerade mal auf Rubio schauen, den designierten Außenminister offenbar, was heißt das im Hinblick auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten zum Beispiel? Ja, also Marco Rubio ist einer der klassischen Falken, also eher klassischer Außenpolitiker hier. Er hat mit Donald Trump gemeinsam eine sehr harte Haltung gegenüber China, eine sehr harte Haltung gegenüber dem Iran. Das ist also zu erwarten. Er hat sich in der Vergangenheit durchaus auch pro NATO geäußert und durchaus auch offen für Hilfen für die Ukraine gezeigt. Das heißt, da wird man sehen müssen, wie sich das Ganze ausführt. Also der gewählte Präsident Donald Trump hat ja auch schon mit Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, telefoniert. Es gab am Wochenende Berichte, dass er auch mit Putin, dem russischen Präsidenten, telefoniert habe. Das hat der Kreml dementiert. Aber das ist natürlich eine der zentralen Fragen. Wie geht es da weiter? Und mit Blick auf Israel und Gaza, da war Donald Trump ja im Wahlkampf sehr eindeutig. Da ist zu erwarten, dass er noch fester an der Seite Israel, so Netanjahus steht. Er hat unter anderem ja einen Zusammenhang mit dem Krieg, den Israel da im Gazastreifen gegen die Hamas führt. Auch gesagt, Israel möge diesen Job doch zu Ende bringen. Also da dürfte die israelische Regierung weitgehend frei handhaben. Täuscht denn der Eindruck oder ist die Personalauswahl diesmal viel klarer und auch stringenter als vor Trumps erster Amtszeit? Dieser auf jeden Fall ganz anders und ganz klar und stringent dahingegen, als das offenbar das alleroberste Kriterium dafür, sich für den Kabinettsposten zu qualifizieren, Loyalität ist. Es war ja so, dass Donald Trump in der ersten Amtszeit durchaus auch etablierte Politikerinnen und Politiker in seinem Kabinett hatte. Menschen, die von Trump-Kritikern dann bezeichnet wurden. Da ist die Erwachsenen im Raum. Leute, die ihm auch durchaus widersprochen haben, wenn er Dinge gefordert hat, die aus ihrer Sicht nicht richtig sind. Das wird diesmal anders sein. Das Obersekretärum scheint tatsächlich Loyalität zu sein. Alle, die bisher genannt wurden, sind Mageranhänger, also Teile des Make America Great Movements von Donald Trump, auch gar nicht vielleicht klassische Republikaner, sondern tatsächlich Menschen, die seiner Bewegung loyal gegenüberstehen. Das scheint das oberste Kriterium zu sein. Und das wird vor allen Dingen dann auch nochmal spannend zu sein mit der Frage, die ja noch aussteht, wer wird Trumps Justizminister oder Justizministerin, weil Donald Trump ja angekündigt hat, Rache nehmen zu wollen an seinen politischen Gegnern, an seinen politischen Feinden. Und da ist es natürlich eine zentrale Frage, wie besetzt er das Justizressort? Ist das auch jemand, mutmaßlich, der loyal ist? Viele Menschen, die ihm da widersprechen werden, wird Donald Trump in seinem zweiten Kabinett offenbar jedenfalls nicht mehr haben. Als seine politischen Feinde sieht Donald Trump ja ganz offensichtlich die Demokraten. Vor vier Jahren hatte Trump mit der Tradition gebrochen, seinen Amtsnachfolger ins Weiße Haus einzuladen. Joe Biden hingegen nimmt diese Tradition nun wieder auf. Morgen soll es zu dieser Begegnung kommen. Unter welchen Vorzeichen steht diese Begegnung? Wie wird das gesehen? Ja, das ist ja eigentlich demokratische Norm und war auch bis zu Donald Trump immer die Norm. Auch, dass am 20. Januar bei der Amtseinführung der scheidende Präsident mit dabei ist. Das hat Donald Trump ja vor vier Jahren Joe Biden verweigert. Der ist nicht zu dessen Amtseinführung erschienen. Das wird diesmal anders sein. Das hat Joe Biden ja schon direkt nach der Wahlnacht sehr klar gemacht, dass er sagt, wir können Wahlergebnisse nicht nur akzeptieren, wenn uns das Ergebnis passt. Und dass er dafür sorgen wird, dass es einen Übergang gibt. Morgen eben dieser Termin jetzt. Donald Trump bei Joe Biden im Weißen Haus. Seine Frau Melania Trump wird Medienberichten zur Folge nicht dabei sein. Auch das wäre eigentlich Norm, dass sich die zukünftige First Lady mit der scheidenden First Lady trifft. Und dann wird Donald Trump auch noch im Kongress sein und sich mit den obersten republikanischen Führern da treffen. Das wird ja, so wie es jetzt aussieht, tatsächlich so sein, dass die Republikaner beide Kammern haben werden. Und da werden die wahrscheinlich auch schon mal besprechen, was tatsächlich ab Tag eins dann gemeinsam mit dem Kongress alles an Politik verabschiedet werden soll. Danke, Kerstin Klein in Washington.